Das ist der Steinadler. Ich möchte kurz etwas über sein Leben erzählen. Die Flügelspannweite eines ausgewachsenen Steinadlers kann bis zu 2 Meter betragen und der Lebensdauer dieser Wildtiere betragen ungefähr 20 Jahre. Da der Steinadler zumeist in den Hochgebirgen lebt, liegt seine Fluke mindestens bei 2500 Meter über dem Meeresspiegel. Im Winter beginnt die Paarungszeit. Zwischen März und August beginnt die Brotzeit und erst danach beginnt die Kleinen zu schlüpfen. Um die Kleinen zu füttern, muss der Steinadler häufig auch auf die Jagd gehen. Am meisten ernährt sich von Murmertieren und Hühnern, aber auch Mäuse, Hasen, Igel und andere Wildtiere. Untertitelung des ZDF, 2020